Na komm, das machen wir jetzt besser. Aber zu unserer Verteidigung, auch für euch da draußen, wir haben nicht richtig gut gespielt, aber das Team war beschissen. Also es lag jetzt nicht nur an uns alle am Kacke gespielt. Wir haben nicht eine Zone eingenommen. Wir haben nur unser Teil dazu beigetragen. Schlecht, ey. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Jetzt kommt's. Ich war einmal mit Federn in der Party und ich weiß nicht, ob Oktay glaube ich dabei war. Ich weiß nicht. Und dann sagt Federn, sagt er, ich muss noch kurz sein Vater rausbringen. Ich so, wie mein Vater? Er meint sein Hund. Sagt er, ich muss kurz sein Vater rausbringen. Du bist typisch, Federn, das ist ein Geiler-Ko-Sengheit. Das ist ein Asi. Ey, Federn hat das doch wieder die Map, oder nicht? Äh, hab ich jetzt gerade gesagt, oder? Ne. Doch, ist ein Manifest. Hast Panzer? Bruder, wo seid ihr? Ja, ich hab Panzer. Wo seid ihr? Warte, ich hab Auto. Ich lande erst jetzt. Hier Mann, ich bin hier hinter dir. Hä, warum lande ich später jetzt hier? Was war das denn? Danke, dass ihr mich wisst. Hinter dir, Bruder, ich warte noch die ganze Zeit. Ich war das gar nicht, Mann. Ich kann mich die ganze Zeit überfahren vom Panzer. Ey, hol dich voll ab. Ja, warte. Du bist doch hinter mir. Vor mir. Komm, bevor Leute reinkommen. Schnell. Ja. Oder ich muss mitfahren, sonst kommen die rein. Ich fahre noch jetzt. Ich fahre noch jetzt. Kann man nicht einstellen, so wie bei GTA, dass nur Freunde die Fahrzeuge betreten können? Nein, Mann. Ey, ey, der willst du zu mir rein? Fels, ich bin mit dir. Ja, die haben uns im Stich gelassen. Komm, wir machen unser eigenes Ding. Das bin ich doch, Mann. Ich warte doch die ganze Zeit. Komm, 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 komm. Warte. Komm, Mann, komm. Warte schnell. Ja, ich bin drin. Boah, ich habe einfach die billigsten Plätze bekommen. Das ist Dings, wenn du Konzert, wenn du Ticket 30 Euro zahlst, dann kriegst du den Platz vorm Fernseher. So habe ich gerade. Ich kann einfach nur so zugucken. Nein, du kannst die markieren. Dann sehen wir die. Das ist voll wichtig. Das ist so Trostpflaster. Du kannst die aber markieren. Ich wollte so zu, hat doch was Wicke gesagt. Dankeschön, echt tief. Boah, voll in die Fresse. Der ist nicht gestorben. Der ist nicht gestorben. Ja. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Rakete im Anflugland. Ich repariere. Soll ich reparieren? Nein, Mann. Doch nicht hier. Ich sehe nicht mal, wo wir hinfahren. Oh mein Gott, der war genau vorne. Wieso fährst du überhaupt, Mann? Klappe. Guck mal, ey. Guck mal, wo wir sind. Ja, ich stecke, Mann. Ich stecke. Wie kann man es verkacken beim Fahren, Alter? Ob die Klappe? Ich habe doch nichts gesehen. Ihr schießt da die ganze Zeit Raketen zu. Leute, 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 Leute. Alles gut. Hey, diese Feder machen wir immer wieder. Ich bin im Fahrzeug. Hier. Face, komm. Nein, ich will ja einsteigen, wenn ihr nicht über meinen Kopf fahren würdet. Hier. Ich bin drin. Lass mich mal fahren, Bruder. Auf gar keinen Fall. Ich störe. Ich fahr zu A2. Wie soll ich denn fahren werden, wenn ihr mich nicht fahren lässt? Äh, warte, du wirst nicht angestellt. Gar nicht. So ist einfach. Schön. Geht's. Was machst du denn? Und du lässt das immer nicht. Warte, ich habe die Kante. Oh mein Gott. Was machst du? Ey, bleib still. Da ist einer. Aber lass mal gleich aussteigen. Boah. Oder was machst du ja? Der wird kurz repariert. Moment. Mach mal Sommerreifen. Du weißt schon, dass du auf uns geschossen wirst, ne? Komm rein, Mann. Komm rein. Ey, der schieft nicht. Okay, ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Face, komm. Ich bin drin, ist schon längst. Ich bin beim Fahren einfach mal vier gedrückt. A2, A2. Ihr solltet hier nicht alle im Auto bleiben. Ich strecke jetzt hier aus. Wenn wir A2 jetzt bleiben, gehe ich erstmal raus. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Beginn mit Angriff auf Alpha 1. Wo schießt du denn? Steigt aus. Oh mein Gott. Hab ich gesagt. Ich hab gesagt, steigt aus. Ja, als der Auto schon explodiert, das hast du gesagt. Ich lebe doch. Ihr könnt mir beitreten. Ich lebe nicht mehr. Ihr könnt mir nicht mehr beitreten. Ich hab Fahrzeug. Wir spielen wieder so durcheinander, ne? Ich hab Fahrzeug. Ich lauf lieber zu viel. Ihr könnt doch zu A2. Ihr könnt doch direkt zu A2. Ich fahr zu A1. Jetzt schauen mir Fremde dazu, Alter. Ich bin auch bei dir dran, bin ich fremd? Hast du? Ja, du bist irgendwie Schampfer. Ja. 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 Dreh mich. Dreh mich. Nein, da kommt einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin mitten im Geschehen gelandet. Oh mein Gott. Ey, das war der größte Fehler. Ich bin gelandet und wurde selbst abgeballert. Aber wie konntest du denn überhaupt joinen, wenn ich im Kampf bin? Eines unserer Ziele wurde angegriffen. Aber warte, wir haben zwei, drei Offroad Trades mitgebracht. Ja. So, jetzt können wir hier vielleicht was reißen. A1 müssen wir auf jeden Fall. A2 steht. Aber hier werden ja auch Leute hinkommen, ne? Ja. Wir können das ja auch halten, damit die andere Zone auch eingenommen wird. Ja, klar. Richtig. Boah, die werden jetzt nicht froh, wenn ich hier komme. Die Frage ist nur, von welcher Seite. Brauchen wir es hier bei A2 oder geben wir auf A1? Ich kann doch hier bleiben. Eigentlich. Ich laufe drüber. Ich laufe. Ach, Mann. Kann mich einer holen? Ja, ich hole dich. Oh mein Gott. Hast du ihn? Ja. Pass auf, Granate. Und wo kam er? Noch eine? Noch eine? Komm, Face. Wir gehen zu Dings. Art A1. Nimm deinen Ranger mit. Aber hier schießen welche. Jo, hier schießt er wirklich mehr. Warte. Hier sind noch welche. Ziel, Alpha 2 steht unter Beschoss. Oh, Face. Ich bin hier abgeknallt worden an dem Container. Der ist auf dem LKW drauf. Sehr gut, fellow. Sehr gut. Warte, ist da noch jemand? Nee. Kannst, komm. Auf der Seite. Ich komme. Ich hole dich. Ich hole dich. Ah, da ist einer. Ah. Danke. Jetzt schulde ich dir was. Oh, scheiße. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ah, Mann. Auf den Containern ist Dings Sniper. Hab ihn. Der läuft doch hoch. Lass wieder die A2 übernehmen. Der ist ein Sniper vor mir. Hey, hier kommt noch einer. B2K bei mir. Hab ihn. Da ist noch einer bei uns irgendwo. Bei dir. Direkt bei dir ist einer. Oh. Der ist da und der war genau bei dir. Der A2 gehört wieder uns. Panzer kommt. Oh, Panzer, Panzer. Geh ins Haus rein. Geh ins Haus rein. Mit Angriff auf Alpha 1. Oh, Panzer kommt. Ah, da muss ich hier hin. Ups, schuldigung. Ich sag meine Mutter auf jetzt ohne die Stelle nicht mehr. So. Oh, Mann. Ey, ey. Schnell da. Schnell ablecken. Oh, diese Rangers, ne? Was machen wir jetzt eigentlich? Wie? Da oben. Auf den Containern, Jungs. Auf den Containern. Ja, die snappen. Ja, ich mag diese Container-Level nicht so. Ey, wir schaffen es immer noch nicht, beide Zonen einzunehmen, ne? Ich hab ein Heli, aber ich hab nur einen Platz frei. Ah. Ich komme. Ich komme. Warte, ich komme. Pass auf, face, face, face. Ey, da war doch einer drin, oder nicht? Ja, genau, genau. Schmeiß Granaten rein. Hab ich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, ich komme. Äh, warte. Jetzt werden wir grad ein bisschen schwierig. Ich hab ihn schon, ich hab ihn schon. Alles gut. Komm rein, Bruder. Los. Ich hab eben auch... Panzer. Panzer draußen. Vorsicht. Panzer. Ich hab einen Platz, ne? Ja. Boah, vorn wo? Ey, ich seh die ganze Zeit keinen. Ich kassier gerade nur. Ich kassiere gerade nur, ey. Ich guck mal auf dem Dach. Oh. Ich hab ihn. Auf dem Dach. Ist weg. Kleiner. Ja. Wir haben mittlerweile die Hälfte unserer Ressourcen verbraucht. Schick den Hund zur Markierung. Jetzt hat ein Ranger gerufen. Sehr gut. Wir sollten lieber zu A1, ne? Ja, müssen wir auch. Aber jetzt laufen alle da hin. Ja. Ja. Dann würd ich sagen, wir verteidigen, ne? Von der Küste aus werden wir beschossen. Wo genau, weiß ich nicht. Seid ihr bei A2 jetzt? Ich seh auch die ganze Zeit keinen. Ja, hab ich ihn bei A2 verrufen. Alpha 1 ist an den Feind gefallen. Alliierte Verbände attackieren Alpha 1. Irgendwo da hinten ist sie... Ja, hab ich ihn bei A2 verrufen. Wie denn? Keine Ahnung. Ich hab ihn markiert. Oh, bei mir auch. Hier oben glaub ich auch. Boah, wer hat mich da denn getroffen mit der Splittergranate? Ich hol dich, ich hol dich. Ich hol dich schon. Ich bin schon da. Ich geb Support. Da hat mich einer mit der Splittergranate getroffen. Da auf der Straße sind viele. Unfassbar einfach, ne? Wir beginnen mit Angriff auf Alpha 1. Ich seh nichts wegen dem Wetter. Manchmal wenn ich durchs Visier schaue, dann sieht man so schlecht, ne? Warte, ich hol dich, ich hol dich. Ich hab ihn gewässert. Boah, ist ne kack Runde wieder. Steh auf, Bruder. Dankeschön. Wo fährst du? Da kommt wieder, dahinten sind wieder Folgt wieder. Stirb doch mal. Ich habe zwei geholt. Sehr gut. Da ist ein Ranger. Versuch den Ranger zu zerstören. Scheiße. Kack Ranger, alter. Verbündete unterwegs zu Alpha 1. Boah, A1 ist sowas von überfüllt einfach, ne? So. A2 haben wir unter Kontrolle. Was denn mit A1? Jetzt müssen wir auch mal langsam einen nehmen. Ja. Ja. Ich hab nen Panzer, komm bei mir. Soll ich mich abholen? Da fliegt jemand von links. Ich hab markiert. Mit Fallschirm und so. Von da. Oh, ey. Ist ja oben. Warte, ich hol dich. Einer snipe beim Container. Einer snipe beim Container. Einer snipe beim Container. Ich werde wahrscheinlich sterben, aber egal. Komm bei mir Panzer rein. Ja, ich komme. An den Containern hinter uns waren auch welche sogar. Faced. Was geht denn? Mich hat gar nicht der Sniper geholt. Mich hat einer von den Containern. Fährt hier bei dir drin. Fährt hier bei dir drin. Ja, ja, ich bin drin. Da sind wir. Warte, komm. Hier. Ich bin drinne. Hinter uns. Da geht einer lang. Hab einen. Da ist ein Fahrzeug. Hab markiert. Da, wo ich markiert hab, ist ein Fahrzeug. Ich kann nix machen, Alter. Da ist ein Spieler, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Wer schießt der so? Wir sollten uns vielleicht zu A1 mal fahren, oder? Boah, das Gebäude zerstört. Das ist ja komplett zu... Ey, da hinten. Mitten auf der... Auf der Feinfleche da hinten. Da. Der ist beim Container jetzt rechts. Da, er schießt da. Hab ihn. Ja, er ist tot. Hinten ist ein Panzer. Da, wo ich markiert hab. Ferro, du musst da drauf schießen. Der ist jetzt hinter den Containern. Oh, krass. Ey, da läuft einer nach rechts von den Containern. Genau, da rechts kommt. Da sind mehrere sogar. Jetzt zieh direkt rechts. Ich hab ihn. Ein Fahrzeug. Hinter uns. Hallo, noch einmal. Noch einmal. Okay. Geil, Mann. Weiter. Weiter dahinten. Da ist noch einer. Ich muss ins Kraftgebiet. Hast du? Oh nein. Boah, das war knapp, Alter. Boah. Boah. Stark gemacht, Ferro. Sehr, sehr stark. Das war... Noch geil. Ey, wir haben A1 und A2 übernommen. Ihr müsst euch bereiten auf die nächste... Links Ferro. Dreh rum. Dreh rum. Und da sind noch welche, ne? In drei Sekunden wird das freigeschaltet, die Fläche da. Kannst schon mal dahin fahren. Kannst schon mal dahin fahren. Der Feind hat sich neu formiert. Sichern wir diesen Sektor. Wir sind oben auf dem Dach. 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 Hier hinter die Profile. Oh, hier ist jetzt alles voll, Bruder. Kritisch. Okay. Ich muss eigentlich auch steigen und reparieren. Aber wir können direkt in der Nähe. Kann man beitreten. Oh, ist ein Panzer. Boah, ich will... Mann! Ich lande einfach mit dem Panzer, ey. Ist doch eine schlimm... Ein gegnerischer Panzer. Ist doch egal. Fahr mit. Was geht ab? Was geht hier ab? Ey, ey, wo bin ich hier gespawnt? Euer Ernst? Mein Gott. Werfen Grenate! Werfen Grenate! Boah, ich hab eigentlich eigentlich zuhause. Ich geh hier weg, Alter. Das ist gefährlich. Boah, nicht meine Runde. Nicht meine Runde auf jeden Fall. Alter Schwede, Mann. Ey, ich lande, ich spawne, ich sterbe. Ich spawne, ich sterbe. Ich spawne, ich sterbe. Ich schwör's dir. Die ganze Zeit gerade. Und egal, wo ich spawne, irgendeiner hat nicht im Wesen. Ja, Mann. Ferro, ich hol dich. Ferro. Da ist genau vor dem Felsen einer Bar. Ja. Genau vor dem Panzer. Ferro, bleib fliegen. Ich kann, oder? Ich will gar nicht aufstehen. Bist du hinter mir? Da doch. Ja. Ja. Alter. Wie ist das denn, Alter? Oh mein Gott, Ferro. Ich bin tot. Die schießen von dem Kran oben wieder. Er zieht immer noch hierhin. Was geht denn? Oh, ihr hört mich auf. Warte, Ferro. Warte, wo bist du? Ich brauch den Heli, Mann. Okay, ciao. Hm. Ich hab... Ich will keine Medizin. Einige unserer Truppen kümmern sich um Bravo 1. Junge, 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 Junge. Was ist los, ey? Der Mikropole vibriert durchgehen, ne? Ja, Mann. Mann, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh, wie viele Leute hier sind, Alter. Ich geh meinen Ranger, Mann. Komm, Fittchen. Los. Oh, Junge, dein Ernst. Oh, ey, was? Aber wir pushen gut, ne? Hä? Wir pushen gut, Jungs. Die ist zu viel Freifläche. Die können vom Schiff aus übers schießen. Boah, Mann. Wartet. Ich bin, ich bin am Leben, ne? Kommt zu mir. Ihr könnt. Ah, der Hurricane ist da. Oh, fuck. Von der anderen Seite, von der anderen Seite. Oh, fuck. Von beiden Seiten. Wir sind voll eingekreist. Gerade. Von beiden Seiten haben wir... Wir sehen die denn, ey. Das macht grad echt gar keinen Spaß. Der ist nur am Sterben. Junge, ich schieße den voll in die Fresse und der stirbt nicht. Verstehe das nicht. Ich hab Fahrzeug. Was hast du denn? Ja. Ja, so ein Robo. Ja, alles gut. Fahr. Freis, willst du mit? Ja, ich komm mit. Ich fahr jetzt schnell durch, damit wir auf die andere Seite kommen. Ja. Ich komm mit. Ich komm mit. Kann nicht beitreten. Ach so. Auf uns wird geschossen, Bruder. Oh mein Gott. Oh, Mann. Ich bin schnell, Robert. Ich bin schnell, Robert. Alle Plätze besetzt bei dir. Hast du ihn? Ey, du bist überfahren. Das ist voll schwer, oder? Ja. Ah. Fuck, ey. Boah, Jungs. Ihr müsst die Steuerung, glaub ich, umstellen. Dann seid ihr echt besser. Kommt bei Fartig. Kommt bei Fartigkeit. Ja. Ja. Wir können B1 fällen. Ich seh ja nichts. Ja, wir können auf B1. Ist auch besser, glaub ich. Damit wir ein bisschen Dings halten. Wir haben die Kontrolle über einen Zielfeld. Ah, den übernehmen B1 wieder. Face ist da oben. Oh mein Gott. Hubschrauber, ne? Ne, Panzer. Ah, scheiß Panzer, ey. Dieser Geschützpanzer da. Oh nein. Fartig, wenn du hoch gehst, da sind so viele Gegner. Ja, eigentlich ja schon, aber... Feindliche Einheiten haben ein Ziel erobert. Ich muss mal später mal recherchieren, wie man so Waffen unterstellt. Ich hab noch absolut keine Ahnung. Ich zock die ganze Zeit noch mit diesem Sturmgewehr. Und ich bin auch nur am Kassieren gerade. Alliierte Truppen nehmen sich Bravo 1 vor. Ja, aber wie wechsle ich denn die Waffen? Ja, also... Zeug dir. Ey, Dings mit Viereck anpassen. Direkt wenn du im Menü bist, wo du Dings auswählen kannst. Oh, das ist ja nur die Charaktiere anpassen, oder nicht? Ne, der könnte auch die Waffen auswählen. Du kannst dann auswählen, ob du Sturmsoldaten und so spielen. Aufklärung. Du kannst ja auch eigene einstellen, ne? Ja, hat sich mal gemacht, aber... Ich weiß nicht, wie man das wählt, oder sowas. Alter. Schägt gar nichts mehr. Versuch gleich mal die DM7 zu nehmen. Boah, dieser Ranger, ne? Oh mein Gott, Alter. Wer war das denn schon? Ich hab Panzer, ne? Ich komme. Heli, Alter. Bin drin. Bin auch in deinem Panzer drin. Ich komme zu euch. Hier rechts. Oh, shit. Tot. Was macht das? Oh, blöde. Oh, blöde. Ja. Wieder. Ich hab auch einen. Warte, warte. Der noch einer da. Alter, der ist über uns und schießt mit dem Krakitenwerfer auf uns. Ich will auch steigen. Ah, ich bin gerade ausgeschickt. Boah, wir haben aber übelst viele Kills gemacht. Oh, blöde. Oh, blöde. Oben auf dem Dings, Alter. Einfach reingeballert mit dieser Dings. Sie haben die Kontrolle über ein Ziel übernommen. Alliierten Truppen attackieren Barso 2. Was ist das denn für einer gewesen? Was ist ein Psycho, Alter? Psycho, Psycho. Wir müssen leiser mindern, sonst ist das Spiel vorbei. Ja. Bin hinter dir. Ja. B2 wird eingenommen. Ja, aber brauchen wir nicht zu B1, weil B2 ist ja weiter. Und B1 muss ja sowieso eingenommen werden. Ja. Boah, der hat mich. Ist er. Der ist tot. Level 90. Der ist Level 90. Guck mal, auf dem Schiff sind so viele, ne? Auf dem Fenster, ne? Guck mal, er stirbt nicht. Level 90. Du warst einfach, du warst die Fall gewachsen. Kann man Level 90 sein, Mann? Mann, dass die sich nicht schämen, Mann. Oha, Alter, was macht der? Mit seinem Panzer. Okay. Ja, zu B1 hoch, ne? Ich hab Panzer. Ich hab Panzer. Ich hab Panzer. Ja, Mann, ich bin drin. Geil. Fahr. Fahr schnell mal. Geil. Scheiße, wunderbar. Boah, hab die drei direkt beieinander geholt. so jetzt geht es bei mir ab hier mann ich bin drin Wie das abgeht. B1 wird übernommen, wir müssen zu B1. Lass B1 schnell einnehmen. Hier die Treppen hoch. Oh! Nein, du kannst hier gut sein. What? Okay. B1 nehmen wir ein. Haben einen genommen. Jetzt noch B2. Lass verlieren wir, wir müssen uns beheilen. Ja. Die Runde ist gleich vorbei. Woran sieht ihr, dass die Runde vorbei ist? Von der Musik. Die Verlängerung steht da. Und du hörst das an der Musik, hörst du nicht die. Wenn das jetzt voll ist, das B2, dann ist es vorbei. Dann müssen wir jetzt einfach alle übel pushen. Die Granate falsch geworfen. Ja, schade. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab auch einen. Boah, wie cool. Wie schlecht ich war. Sagenhaft.